Diesen hier, auch schon relativ alt, der Algorithmus von Prim. Wähle einen beliebigen Startknoten und betrachte diesen als grünen Baum. Wiederhole den folgenden Färbungsschritt V minus 1, also V, Anzahl der Knoten, minus 1 mal. Wähle eine ungefärbte Kante minimalen Gewichts, die genau einen Endknoten in dem grünen Baum hat, der den Startknoten enthält und färbe sie grün. Gridi heißt immer, wir versuchen eine bestmögliche Verbesserung von einem Schritt zum nächsten Schritt. Und das ist genau dieses Prinzip. Wähle eine ungefärbte Kante minimalen Gewichts. Dieser Algorithmus von Kruskal ist eine spezielle Version des Färbungsalgorithmus. Jeder Färbungsschritt ist offenbar eine Anwendung der grünen Regel. Wenn wir die nicht mehr anwenden können, sind wir eigentlich fertig. Und der setzt das genau um. Ich betrachte den Schnitt, der durch die Knoten des grünen Baums induziert wird, der den Startknoten enthält. Dieser wird offenbar nur von ungefärbten Kanten gekreuzt. Und dann nehmen wir uns die raus mit minimalem Gewicht. Und das ist genau diese grüne Regel, die hier zum Einsatz kommt. Das ist sozusagen mein Startknoten. Das müssen wir einen Schnitt bilden. Die Kante mit minimalem Gewicht nehmen. Und das ist irgendwie diese. Die würden wir jetzt grün färben. Schnitt habe ich jetzt nicht eingefärbt. Das habe ich mir jetzt gespart. Und jetzt würde ich mir alle die Kanten angucken, die von einem dieser beiden Knoten ausgehen. Das wäre also diese Kante. Also im Prinzip muss ich mir diesen Schnitt angucken. Jetzt nehme ich wieder die mit minimalem Gewicht. Das ist eindeutig diese hier. Hätten wir auch grün eingefärbt. Und jetzt würde ich den Schnitt nehmen und würde mir die mit minimalem Gewicht raussuchen. Das ist diese hier. Und jetzt hätten wir als Schnitt den hier. 14, 15, 10, 9. Das müsste die Kante sein, wenn ich mich nicht täusche. Und der nächste Schnitt wäre, und da wäre die mit minimalem Gewicht, wäre diese hier mit der 2. Da würden wir die 7 einfärben und würden die Kante einfärben. Und das können wir mal zählen. Bislang war unser bester Kandidat die 32. Wie viel hat der? 3, 10, 20, 32. Passt. Also was wir jetzt gezeigt haben, dieser generische Algorithmus, da haben wir zwei Regeln gehabt. Wir haben gezeigt, wir können alle Kanten einfärben. Wir können immer eine Regel anwenden, solange wir noch ungefärbte Kanten haben. Das war eben dieser zweite Teil des Beweises. Wir haben gezeigt, mit den grünen kriegen wir den minimalen Spannbaum raus. Also das war sozusagen, um einmal die Terminierung und um die Korrektheit des Algorithmus zu zeigen. Um den zu berechnen, brauchen wir eigentlich noch weniger. Da brauchen wir die rote Regel gar nicht. Das sehen wir hier, bei den Dingen. Wenn ich das Ding implementieren will, unterscheiden sich halt so ein bisschen. Hier bei dem Primwechsel sozusagen von einem Punkt ausgehen. Und da wachsen verschiedene Teile zusammen, die auch parallel quasi irgendwie entstehen. Implementierung soll es heißen von dem Prim. Könnte man so machen, da könnten wir uns diese Heap-Struktur zunutze machen, die wir auch kennengelernt haben. In dem Heap können wir die Kanten verwalten, die genau sozusagen einen Endpunkt in dem bisherigen grün gefärbten Element haben. Und die sozusagen Kandidaten sind für die Auswahl der nächsten minimalen Kante. Und da suchen wir uns halt dann die günstigste raus. Das machen wir hier mit diesem Extrakt Min. Das ist quasi das oberste Element. Mit diesem Key verwalte ich noch Kantengewicht. Genau, steht initial die gesamte Knotenmenge drin. Und dann nehmen wir uns irgendwie einen raus. Und dann müsste eigentlich Vg minus R drin stehen. R steht dann noch nicht drin. Dann holen wir uns sozusagen mit dem Key von U. Da speichere ich mir sozusagen das minimale Gewicht der von einem Knoten ausgehenden Kante drin. Das ist dann irgendwie das Argument, über die ich dann die minimale Kante auswähle. Und P von V, da speichern wir uns quasi die Baumstruktur drin. Und am Ende gilt diese Menge A, also im Prinzip ein Knoten und sein Vorfahre. Das ist sozusagen gerade der Spannbaum. So, und wie aufwendig ist das ganze Ding? Das hängt natürlich jetzt, ja, wovon ab? Hier oben haben wir irgendwie O von V von den einzelnen Operationen. Das hat man ja mit so einer Hiebstruktur realisiert. Wir nehmen da jeweils ein Element raus. Insgesamt kommen wir auf eine Laufzeit von O von E log V. Also hier oben haben wir irgendwie log V. Hier haben wir für diese einzelnen Operationen log V in so einer Weihschleife über die Knotenmenge v mal log V. Dann haben wir hier noch diese Kanten da drin. Da haben wir im Prinzip diesen multiplikativen Faktor von E da drin. Beides sind eigentlich Beispiele für Anwendung dieser Green-Strategie, dass man halt zu einem Zeitpunkt versucht, das ganze Ding bestmöglich zu verbessern.